Herzlich Willkommen! Ich bin so froh, dass du hier bist. Mein Name ist Darius, und ich werde heute mit Ihnen beten. Sind Sie bereit, all Ihre Geldprobleme loszulassen? Erhalten Sie einen finanziellen Segen, wenn Sie diese Musik hören. Sagen Sie die heiligen Schriften auf dem Bildschirm, und Geld wird in Ihr Leben kommen. Dies sind die stärksten Verse der Bibel. Ein Geldwunder steht bevor, Sie werden überrascht sein. Sie werden Wohlstand, Fülle und Geld in Ihr Leben ziehen. Sehen Sie sich das gesamte Video an und sagen Sie dann Amen in den Kommentaren, um Ihren finanziellen Segen zu erhalten. Lassen Sie uns anfangen. Geldbibelverse, du bist es, der mir die Macht gibt, Reichtum zu erlangen, dass dein Bund auf der Erde und in meinem Leben im Namen Jesu errichtet wird. Ich suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und alle Dinge werden mir hinzugefügt. Herr Jesus, du lernst mich zu profitieren und führst mich auf den Weg, den ich gehen soll. Reichtum und Reichtum sind in meinem Haus, weil ich dich fürchte und mich sehr an deinen Geboten, deinem Wort, erfreue. Jesus Christus, du bist arm geworden, damit ich durch deine Armut reich geworden bin. Ich sinne Tag und Nacht über das Wort nach, und alles, was ich tue, gedeiht im Namen Jesu. Friede ist in meinen Mauern, und Wohlstand ist in meinem Palast. Herr, du hast mich berufen und machst meinen Weg erfolgreich täglich. Ich werde belohnt, weil ich dir vertraue und dich eifrig suche. Herr, ich danke dir, dass du mich an meinen wohlhabenden Ort gebracht hast. Die Schleusen des Himmels stehen über meinem Leben offen, und ich empfange mehr, als ich genug Platz habe, um zu empfangen. Meine Tore sind offen, damit der Reichtum der Nationen im Namen Jesu ständig in mein Leben kommt. Deine Segensregen sind auf meinem Leben, meine Scheunen sind voll von Überfluss, und meine Kälber platzen von neuem Bein. Du hast meinen Vorratshäusern deinen Segen befohlen, woher meine Scheunen sind voll und überfließend. Meine Schafe bringen Tausende und Zehntausende hervor, meine Ochsen sind stark zur Arbeit. Du hast wunderbar an mir gehandelt, ich esse und bin satt. Du führst mich in das Land, das von Milch und Honig fließt, woher du hast mich in ein Land ohne Knappheit oder Mangel gebracht. Danke, Herr Jesus. Alle Gnade ist für mich im Überfluss vorhanden, weil ich in allen Dingen Genugtuung habe und an allen guten Werken im Überfluss bin. Ich habe Reichtümer und Ehre im Überfluss. Meine Füße sind in Öl getaucht. Ich liebe Weisheit, ich erbe Substanz, und meine Schätze sind im Namen Jesu jederzeit gefüllt. Herr, du hast mir im Namen Jesu Honig aus dem Felsen gebracht, ich habe viel Silber im Namen Jesu. Dein Fluss des Lebens führt mich im Namen Jesu zu Gold. Ich erbe das Land. Ich weigere mich, dem Engel des Segens zu erlauben, zu gehen, ohne mich im Namen Jesu zu segnen. Ich breche und widerrufe alle Zuweisungen des Feindes gegen meine Finanzen im Namen Jesu. Ich tadele und vertreibe alle Geister des Krebswurms, des Palmwurms, der Raupe und der Heuschrecke, die meinen Segen im Namen Jesu auffressen würden. Du bist der Herr, mein Versorger, der Segen des Herrn auf meinem Leben macht mich reich und fügt ihm keine Sorgen hinzu. Ich bin gesegnet beim Eintreten und gesegnet beim Ausgehen, gesegnet in der Stadt und überall, wo ich hingehe. Ich bin Gottesdiener, und er erfreut sich an meinem Wohlstand, weil ich seine gerechte Sache bevorzuge. Ich gedeihe durch die Propheten und den prophetischen Dienst. Ich glaube den wahren Propheten Gottes und gedeihe im Namen Jesu. Ich bin dein Diener, Herr, danke, dass du mir Wohlstand gebracht hast. Der Gott des Himmels lässt mich gedeihen, ich liebe im Wohlstand des Königs. Durch deine Gunst bin ich eine wohlhabende Person. Ich bete und faste im Verborgenen, und du belohnst mich offen. Herr, du hast den Reichtum der Bösen im Namen Jesu in meine Hände freigegeben. Ich gebe, und es wird mir gegeben, ein gutes Maß, niedergedrückt, zusammengerüttelt und überlaufend. Es gibt keine Löcher in meiner Tasche im Namen Jesu. Der Verschlinger wird zurechtgewiesen, und sein Auftrag wird annulliert, um meinetwillen im Namen Jesu. Alle Nationen nennen mich gesegnet, und ich bin ein herrliches Land. Schreiben Sie Amen in den Kommentarbereich unten. Tun Sie dies jeden Tag, bis Sie Ihr Geldwunder erhalten. Abonnieren Sie diesen Kanal. Verlieren Sie niemals die Hoffnung, der Herr ist mit Ihnen. Geben Sie Amen ein, um Ihren Segen zu beanspruchen. Sehen Sie sich diese wichtige Nachricht jetzt an. Geben Sie mich. Geben Sie mich. Vielen Dank.